Hallo meine lieben YouTube-Freunde, es ist wieder einmal soweit. Es ist Weihnachten. Ja, Weihnachten ist für uns alle das große Fest. Dabei geht es um schöne Stunden mit der Familie und unseren besten Freunden. So genießen wir die feinen Speisen und die guten Weine. Wir lassen es uns einmal wieder ganz gut gehen, denn wir haben es verdient. Schlagen wir doch einmal nach und lesen die Weihnachtsgeschichte. Wenn wir sie richtig verstehen, dann erkennen wir, dass die Adventszeit und der Heilige Abend eine Zeit ist, in der wir uns auf ganz bestimmte Werte besinnen sollten. Doch leider kommt dies im Laufe des Jahres meist oft zu kurz, weil wir uns in der sogenannten Tretmühle befinden. Gerade in der Adventszeit und vor allem an Weihnachten sollte man auch an andere Menschen denken, denen es jetzt in dieser schwierigen Zeit nicht so gut geht. Wir sollten uns wieder die Zeit nehmen, miteinander die Freude an Weihnachten zu haben. Zeit für die Stille, Zeit für die Stille, Zeit für Gefühl, Zeit für Nähe und Ruhe im Gewühl, Zeit für Musik, Zeit für Kerzen, vor allem fürs Leben mit liebenden Herzen. Ich wünsche euch ein gesegnetes, besinnliches Weihnachtsfest und bleibt gesund. In göttlicher Liebe, eure Deria Ich wünsche euch ein gesegnetes, was ich wünsche euch ein paar Minuten,